Tanisha? Tanisha, Tanisha, pssst, pssst, das ist ja nicht so was sagen im Fernsehen. Du kannst, ja, du darfst sowas nicht im Fernsehen sagen. Was man sprecht hier, Alter? Tanisha, hier ist Klaas. Oh, ihr seid so bescheuert. Alter, wollt ihr mich voll krass verarschen? Ihr misst dreckig die Stichfotzen, Alter. Ihr seid so eine dumme Schweine. Ich sitze hier mit Jasna Fritzibauer. Wir wollen, wir müssen das nur kurz einmal erklären. Das ist so krass. Uns gehen die Piepse aus hier. Tanisha, du musst dich wirklich beruhigen.